Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Kola, geben Sie mir Kola. Kola. Sie wissen nun, dass Berlin auf der Artilleriefeier liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wilmpark Werder. Einige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand, der Flak am Zogen gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkampf. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe vom Führer sofort aufhängen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt fünf Kilometer vor dem Stadtkampf. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn. Das ist ja wirklich um Fernseher.